9 von 10 Hackern kommen durch alte, ungepatchte Software in Unternehmen. Der einzige Weg, um das zu verhindern, ist, jede Software regelmäßig zu updaten. Nur so werden potenzielle Sicherheitslücken geschlossen. Aber das jedes Mal und bei jedem Mitarbeiter manuell zu machen, frisst ganz schön viel Zeit. Zeit, die deine IT-Abteilung nicht hat. Denn die hat sowieso schon mehr als genug zu tun. Besser wäre, du könntest das von deinem Schreibtisch aus erledigen. Das geht mit Opsi. Egal ob 50 oder 50.000 PCs. Ab sofort werden automatisiert Patches eingespielt, Software geupdatet und ganze Betriebssysteme installiert. Du behältst dabei einen vollständigen Überblick über die gesamte Hard- und Software. So sparst du nicht nur Zeit, sondern hast auch immer alles im Blick. Die Opsi-Profis von OIB unterstützen dich auf Wunsch dabei, das System einzurichten, dein Team zu schulen und auch deine Software so vorzubereiten, dass du sie automatisiert auf allen Geräten verteilen kannst. Bei uns zahlst du für den Service mit der Erfahrung aus 30 Jahren. Aber Opsi ist Open Source und wird weltweit genutzt. Dabei wird Windows, Linux und Mac unterstützt. Starte auch du jetzt mit Opsi durch und teste die Software direkt selbst.